hallöchen freunde der sonne willkommen zu minecraft battle building mit dabei die üblichen verdächtigen steve gifty hallo andre hallo und als special guest der wahrscheinlich immer bei battle building wars ab jetzt mit dabei sein wird damit alle vier felder hier benutzt werden pepsi psych hallo meine lieben freunde hier so sieht er aus auch im echten leben das heute ist zombie apokalypse ihr habt 15 minuten zeit zum bauen und die zeit läuft ab ich muss erstmal mein timer finden okay ihr habt fünf minuten zeit zum überlegen und zeug raus zu suchen und ich würde sagen so lange rede ich mal mit pepsi psych was machst du denn was ich mache ja ich hab gehört ja ich also ich momentan mache ich ganz viel bekommen die troppi kamen jungen und leise strange wird jetzt auch noch mal folgen alles alles mögliche da so wie lange machst du das schon muss ich mir überlegen 2017 also das kann ich mal so lange jetzt schon also so ungefähr ein jahr so wie wir ja also war auch sehr begeistert dass die man es steven youtube kanal hat ja die anderen beiden wisst ihr wie viel er hochgeladen hat da oben steht sein name dort könnt ihr gerne mal auf youtube gehen und ihn abonnieren er würde sich bestimmt freuen klar ich freue mich immer wenn ich leute habe die meine videos gucken so jetzt gehen wir mal zu andre andre wie geht's dir denn heute ja einige machen gut okay ihr seid gerade zumindest in einer box wie läuft das studium ja okay so viel dazu wir gehen zu gifte gifte du in deinem schwarzen mantel in einem schwarzen zeugte was machst du denn du willst du später alle drogen verkaufen ich ja ja wie immer nein noch nicht okay steve du kleiner schnuckliger gast du wollen wir uns ja irgendwas noch wie soweit seid ihr habt ihr alles rausgesucht ja schon andre es geht noch nicht ja ja das ist einfach nein annehmen muss erst mal leute sachen töten waren so weiter das motto sorry und spoiler war nicht was ich getan habe apokalypse das ganze ist gesetzt ja wir sind doch nicht fertig so okay die fünfte beginnen in drei zwei eins jetzt wenn ich in das vollzeug das ist ja deine erste bette building mit uns zumindest ja schon mal eine bette building gespielt oder nicht so nein nein aber ich habe schon ganz viele gesehen also ist also dir ist das prinzip bekannt was du zu tun hast genau 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 was soll war das was mache ich aus macht den friedlichen modus aus das ist natürlich kacke das ist das spiel bewusst ja was du zu tun hast du musst das schönste bauwerk bauen ja entscheiden dann was das schönste war ja ansonsten gehe ich jetzt mal ich finde ich zu andre zu ich will nicht zu einem hier haben ok steve sieht ein bisschen komisch aus wie immer ja wie wie immer ich wollte sagen immer erst dann ihr könnt ihn auch gerne pepsi psych wieder rausvoten wenn ihr findet dass er scheiße ist boah hallo also suchen wir uns einen neuen ihr liebt mich doch alle nein boah gips die baut glaube ich das einfallsloseste überhaupt echt das ist wahnsinn mal gucken wir ey was ich alles brauchen wir hier ähm kippski übrigens wenn ich fertig bin müsstest du mal nacht machen bitte ja also bevor wir zur präsentation kommen oh wie süß bist du denn gesetzt nein der war schon da der hätte sein können dass der irgendwo herkommt jetzt auf einmal ja die anderen sind alle verbrannt sondern ah nice ok bei mir ist gerade krach und ich habe irgendwas im auge soo wtf Okay, sieht interessant aus. Bei wem guckst du gerade? Ich gucke gerade bei Willi zu und ich habe eine Vermutung, was er baut. Also sieht zumindest so aus. Ich sage nicht, was ich sehe. Ich finde, es sieht aus wie etwas, was mit A anfängt. Und mit U-Tun aufs Ort. Ist auch genau das. Aber ich frage mich, wie du damit auf ein Thema kommen willst, wenn es das ist, was ich denke. Naja, das wird gleich kommen. Ich muss erst mal ganz kurz was Bestimmtes wählen hier. Ah, da sind sie ja. Ich habe nichts gesehen. Es sah gerade so aus, als ob er es einfach von Anfang an so aus dem Bauch gepisst hat, Alter. Nie. Mist, dann muss ich erst mal das wegmachen. Ich brenne. Ob es darf nicht ganz lange, dass es weg geht, oder? Oder seid so bei mir jetzt? Nee. Es geht weg. Oh Gott. Oh Gott, das wird richtig undimensional, ey. Ich auch. Ist nicht so schlimm. Dann klingt es nicht aus. Okay, ich gehe mal wieder zu, Willi. Ich will wissen, was andere Sache ist. Äh. Oh Scheiße, das hört mich, ey. Wie kann man denn so bescheuert sein, ey? Machst du mir da etwa jemand Konkurrenz? Ich glaube, den ersetzt mir definitiv nicht, eher den, den ich jetzt angucke. Er guckt mich an. Ich muss mich mal wissen, wo er hinguckt. Ich weiß, dass er mich anguckt. Ja, natürlich gucke ich dich an. Oh Gott. Okay, bei dir ist es auch relativ eindeutig, was du baust. Also wäre traurig, wenn nicht. What the fuck? Okay, André hat jetzt einen Slime-Block bei sich. Ich weiß aber nicht, wo der herkommt. Ich weiß nicht. Okay, Fshki, machst du mal auf Nacht? Nein, das ist deswegen jetzt zur Präsentation, Gifty. Ja, dann sterben alle. Stirbt alles. Ja, dann mach das erst zur Präsentation, das habe ich auch vor. Nein, jetzt kannst du machen, es ist jetzt Nacht. Ich kann nichts mehr ansetzen. Ich habe André's Creeper gespawrt. Ich kann eh nichts mehr setzen. Ja, schön, dass du jetzt alles gesetzt hast. Wir haben alle das selbe Limit. Ich habe mich mal vier gesetzt. Ich habe zwei Zombies oder so. Zwei Zombies. Doch, bin ich gar nicht reingekommen. Also Creeper zählt jetzt auch. Also wir machen mal was anderes, keine Zombie-Apokalypse, sondern eine Monster-Apokalypse. Oh, das klingt ja super. Also jetzt können alle anderen keine Monster mehr setzen wie ein Gifty. Allgemein keine Monster mehr? Wie mir? Ich habe vier Sachen gesetzt, André. Das sind mehr als vier Sachen, Gifty. Das sind Tiere, die zählen zu was anderem. Ja, es können keine Monster mehr gesetzt werden. Ich habe gerade die Beteiligung bei mir. Ähm, das ist ein Creeper-Apokalypse. Und machen wir bitte wieder auf Park, ich sehe nichts. Kannst du vielleicht die Anzahl erhöhen? Als Absorption? Wollte ich die Schwierigkeit noch höher stellen? Das ist schon schwierig. Vielleicht? Ne, ist schon Maximum. Geil, ich habe die Idee. Okay, die Idee sieht doch scheiße aus. Egal. Ich mache nur scheiße. Bei mir war eben ein Enderman, lol. Ich habe gerade einen Enderman gehört. Egal. Ja, der war bei mir gerade eben. Der hat mich an mir geguckt. Ach, wenigstens du lebst noch. Okay, dann setze ich die. Die überleben wir wenigstens in der Sonne. Ey, oh Gott, ey. Ich mache richtig abstrakte Kunst hier, ey. Oh Gott. Okay, ich brauche jetzt unbedingt einen braunen Block. Schön, dass da Enderman jetzt bei mir mit drin ist. Ich glaube, die heutige Folge bin ich nicht. Ich glaube, die heutige Folge bin ich über sowas wohl gar nicht. Ne, ich bin letzter. Nicht, wenn ich meinst zu sehen habe. Ich bin der letzte. Ja, aber wenn alle glauben, dass sie letzter werden, hat das so bedeutet, dass ich gewinne. Und das glaube ich noch viel weniger. Ich bin ein schwarzer Himmel. Ich bin ein schwarzer Himmel. Das möchte ich mir suchen. Ist das geil? Ja. Ich bin ein paar Psydien-Büggel abgebaut. Man, nichts kannst du. Jetzt sind ein Creeper hier drin. Ja, der tut dir nichts. Das ist voll schillig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. Man, verpiss dich, du Enderman. Ist eine Hexe bei mir drin, oh toll. Die Hexe blotzt mich an und guckt mir auf den Hintern. Ich lache dich aus. Ja, ich lache wahrscheinlich mal mein Kunstwerk. Ja, ich töte sie dafür, okay? Oh Gott, das sieht so bestestappert aus. Oh Gott, ey. Ich muss hier weg, ey. Siehst du aus, als hätte ich gar keine Hobbys, ey. So, André. Da bist du hin. Möchtest du irgendwas zu deiner Idee sagen? Ihr habt übrigens noch 4 Minuten 30. Nee, eigentlich nicht. Okay. Wir können uns ja nur an deinen, ähm, schicken Bundestag erinnern. Nee, der war der Beste. Ehrlich mal. Daran halten wir uns nur zu gerne, ähm. Da wolltest du ja auch unbedingt noch was dazu sagen. Wollte ich? Ja, aber denk dran, du hast jetzt noch 4 Minuten. Okay, Gifti, es sieht aus, als ob er Musik spielt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es besser darstellen soll. Mache ich Feuer unendlich? Gibt es da so Feuerstein? Du kannst... Äh... 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 Wo konnte man das denn machen? Neverquartz? Neverwake? Irgendwas gab es, wo du Feuer platzieren konntest. Ja, Neverquartz. So ein... Nieder... Stein. Jan ist ja ins eng. Ja Mutti Okay Hast du den auch gerade gesehen? Ähm, André? Ja? Schön, dass die bei dir einfach so spawnen Ähm, nee Tun sie nicht Okay, warum bist du denn so verwundert? Hast du gesehen, was er anhat? Ja Darüber bin ich so verwundert Noch zwei Minuten Zehn Oh, das wurde ernst knapp Ich kann euch ja... WTF Ihr solltet übrigens noch die Türen wieder zumachen, ja? Wenn ihr da durchgeht Ja, die hab ich vorhin offen gelassen Wenn du denn direkt angefangen hast Ähm, ja, ich zeig euch mal in der Zeit Während die noch bauen Was wir so vorhaben in der nächsten Zeit noch Hier, zumindestens in dieser Map So sieht's halt das ganze Ding von außen aus Und dann soll hier eine Hall of Fame kommen Wo dann die besten Bauwerke Die erstplatzierten Bauwerke Nachgebaut werden nochmal Und dann hier verewigt werden Zum nochmal nachgucken Und wie ihr dann halt schon seht Da, wenn wir einmal berühmt sind Erster Platz Steve mit seiner Barfeier Äh, Kindheitshellen Erster Platz Steve Mario Götze mit dem 1 zu 0 gegen Argentinien Folge 3 hab ich noch nicht hier ran platziert Weil, als wir die aufnehmen Ist die noch nicht online gegangen Ähm, dann wird das hier halt so ein Stück weiter gehen Ich mach mal hinter mir noch die Tür zu So, da kommt die Hall of Fame hin Und dann Hier hinten Kommt vielleicht entweder auch nochmal was hin Entweder Hall of Shame Ah ne, äh, Hall of Andre Seine schönsten Bauwerke Die schönsten Bauwerke von uns, äh, im negativen Sinne Es wird wahrscheinlich einfach nur ein reines Hall of Andre werden Da kommen nicht die netzplatzierten Bauwerke rein Sondern wirklich Bauwerke, wofür man sich schämt Die, äh, gebaut zu haben Jemals gesehen zu haben Ja Mhm, ja Und das ist wirklich Andres Bauwerk Und ihr habt nur noch 15 14 13 12 11 10 9 8 9 7 6 5 4 3 2 1 Alles weglegen Aufhören zu bauen Und nach oben fliegen bitte Nein, nicht nur noch diese eine Sache Ist mir egal Holy shit Warte Warte, ich hab's gleich Warte, ich hab's gleich Wer wollt denn ja noch Ich will nur eine Sachen probieren Also ich nicht Warte, wie geil sieht das denn aus? Andre jetzt herkommen Andre jetzt herkommen Ja Ja So Lol Eine echte Eine echte Zombie Apokalypse Warte Apokalypse Huiii Auch auch geil Nein Nein Ich glaub da kommt noch was von Willi rein Ich finde es sieht gar nicht mehr so scheiße aus Also es ist alles irgendwie ähm Warum haben die Pilze rum drauf Das sind Pilzzombies Okay Das ist alles irgendwie unpassend und äh Ja Kleiner Kopf Riesen Kanone Ja Deswegen sag ich das alles unproportioniert Und der eine ist schwarz Ja das ist sehr cool Aber der schwarze gehört in die Mitte Ähm Er ist der Boss Der schwarze gehört gefressen Ja Keine Ahnung So sieht das gebaute aus halt Man könnte hier oben sein Ein Pilzenderdrache Das ist der super Zombie Pilzdrache Wow Los Hexe Genau das ist der Imperator Oh kaputt gemacht Steve Oha Dann äh Gehen wir weiter zu Steve Gifty Steve hier sind ja keine Monster Oder sind das deine Zombies da Die Zombies hier Der hier rennt grad vor denen weg Der hier hinten wird grad gefressen von dem Zombie Sogar mit Blut hier bei mir Okay Oh shit Der wird grad gefressen Sogar mit Blut Und wie gesagt hier in dem Haus steht ein Zombie drin Das Haus brennt grad noch Und was ist das hier? Hier ist ne Hier ist ne Festung hinter Die ihr grad noch nicht sehen kann weil die weiter Ferne steht Hallo er ist gesetzt Das ist so ne Schutzmauer Das ist so ne Schutzmauer Und die da die da oben drauf stehen die sind normalerweise die Bogenschützen oder so Okay Dann gehen wir weiter zu Gifty So für mich das beste hier Ja Der Zombie fällt Ja Alter ist der cool aus Der Zombie spielt doch Hey guck mal ich hab nen Pferdezombie mit nem kleinen äh Zombie ausgestattet Ist der grad ne Finger oder was macht der da? Ja Erzähl mal was dazu Was ist denn der Zombie da grad? Ist der mit? Ist der Empfänger? Gifty Aufwärts muten Ne er soll ein Fuss sein Achso ich hab schon nicht richtig bekommen So ein großer Fuss Ja Sieht aus dem Winkel auch ganz komisch aus hier Ist ja auch ein großer Zombie Also dein Zombie lutscht gerne an den Füßen Also dein Zombie lutscht gerne an den Füßen Also dein Zombie lutscht gerne an den Füßen Ja Der T lutscht von unserer geheimer Anspielung Ja dann sind hier halt noch ein paar Zombie Pferde gewesen Der Rest wurde er grad von mir gesporn Ja er züchtet Ui Er züchtet Äh gut dann gehen wir als letztes zu André Was hat die Spiele hier für ein Problem Holy Shit Also ich weiß dass hier fehlt eindeutig Wo ein Zombie Und Zombies Gelette Ups Ich hab den in den Pferde gesporned Silvas gelettet der stirbt Ja Ja Äh ja André Möchtest du noch was dazu erzählen? Ja ganz klar ist das meine Ist es mit Absicht dass die grade hier verrecken alle? Die verbreiten weil es Tageslicht ist Das sind halt Zombies Wie fehlen die Zombies? Ja Außer wir sind verbrennt Okay Ähm Genau Die brennen immer noch Ja weil wir ja am euren Tag waren davor kurz Ja möchtest du noch irgendwas dazu erzählen? Ähm naja ich hab mir ne Festung gebaut Ja Hier oben sollten rein theoretisch Bogenschützen stehen Ähm Wie ist das hier? Wir haben eine Zugbrücke Die kaputt gemacht wurde Ähm Ich weiß nicht wenn wir ne Zugbrücke gerade kaputt gemacht haben Ähm und hier oben wollte ich eigentlich so ne Magmafalle bauen aber als ich das Magma platziert hab flosste es einfach hier runter Ja ist klar Ja ist klar Aber ist dann auch okay Ähm Joa Dann ähm Seht ihr jetzt noch meinen Favoriten Ja ich weiß meins Also ihr seht jetzt meinen Favoriten noch ähm Ja Ich will auch sehen Wieso du Das hat der Favorit Kannst du da auch sehen Komm mal noch hin oder wie das mag Okay ähm Ja also Wer ist der Favorit Mein Favorit ist diesmal sogar Ich kann es echt nicht sagen André Nein Hecht? Weil er nicht das Elbock gebaut hat Deswegen Also dein Ich finde deine Zombies total hässlich Ja ich kann ja keine anderen Zombies mehr planten ich könnte auch noch finden gerade eben wie ist halt sehr abstrakt merkwürdig komisch ja also ist welche mein favorit alles aber es befriedigt mich da alles wirklich selber besser machen folge hundert special folge vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal bis dann